So, hallo, willkommen zu einem neuen Let's Play, das ich anfange. Ach, das erkennt man nicht so gut. Und zwar geht es da um GTA Vice City Stories für PSP. Und ja, das werde ich einfach mal zocken. Ich habe es schon durchgespielt, aber wenn ihr wollt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Ich bin noch bei der... Ich habe zwei Spielstände, auf dem einen bin ich halt durch. Und auf dem anderen, da habe ich gerade erst, ähm, was habe ich denn da gemacht? Da habe ich natürlich erst Reni, den müsst ihr ja kennen, also die sich mit GTA auskennen. Habe ich erst ins Krankenhaus gebracht und da könnte ich euch dann noch die letzte Mission zeigen, wenn ihr wollt. Also, werde ich jetzt einfach nur rumballern und Ballons suchen. Und halt ein bisschen die Bullen nerven. So, das musste man eigentlich ganz gut erkennen. Hier, ich habe auch schon die Gewinnerkleidung. Relax. So ein bisschen hier. Was ist das? AK brauche ich nicht. Ich habe auch den Mini. Ach, ich halte das mal so hier. Nur das hier. Das ist dann wie Schlaufe ein bisschen komisch, weil... Ach, naja. So. Also, so müsste es gehen. Einfach mal so mit dem Stuhl runter. Vielleicht klappt das dann. Also, klappt es ganz gut. Nur ein bisschen die Musik lauter schalten, damit ihr es dann auch hören könnt. So, es ist jetzt 21 Uhr und... Tja, was macht man eigentlich gar nichts. So. Ne, Emotions halt nur um die Flasche. Und... So, dann gucken wir uns hier los. So, wo ist denn der Flughafen? Da hole ich mir mal den Hunter. Okay, in Richtung Starfish fliegen. Das ist jetzt da drüben. Nach Starfish Island. So, hier haben wir die Villa von Dias. Die... Seit unserer Ankunft hier unverändert ist. Naja, was sollte sich auch verändern? Ach, das liegt hasse nicht. Hm. Schöne Briefmarke. Die müsste es mal in echt geben. Das wäre schön. Das wäre cool. So, weiter geht. Kommt die Affination. Ach, immer noch... komischer... Hippie-geklingelter. So. So. So ein Russler. So ein Bosler. Okay, das habe ich auch immer gehört, bevor ich mit Flash FM angefangen habe. Oh, das finde ich cool. Flash FM. Wo war der... War der Hunter hier? Ja, ne. Doch, ne. Ach genau, da steht er ja. Ah, wo ist er denn? Ach ja. Ist ja. Schön gelandet. So. Nein, Skywool wollen wir jetzt nicht machen. Auch wenn die Mission noch offen ist, aber... Ich hatte diese Mission. So, dass ihr durch solche Checkpoints fliegen müsst. Ey, bombt man einmal und ein Auto weg, wird man gleich gesucht. Ey, der hat fast wieder Schrott. Hi. Was? So, wundert mich, dass ich hier noch halbwegs gut die Peeps eingeben kann. Was ist los hier? Ich bin schon ein bisschen. Hi, tschüss. Warte mal, ne. Wir waren doch schon dran vorbei. Oder? Ach, ein Ball. Wie knickst mir das hier? Dammt doch voll Idiot. So ein Street Fighter. Dammt doch voll Idiot. Dammt doch voll Idiot. Und so, wie gesagt, ihr könnt mir schreiben, wenn ich halt hier die Missionen nochmal machen soll. Aber halt nicht von ganz Anfang an, sondern halt nur, wo man in die Militärbasis einbrechen muss, den Hunter hier klauen muss. Und die Mendes Ärsche killen muss. Ach, ein bisschen Boden läuft gerade. So, wieder ein bisschen rumbomben. Ich glaub immer, wenn man eine Mission beginnt, da wird man dann gleich wieder, ach, mein Akkus fast leer bleibt stehen, ja. So. 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 Kommt, wir spielen! Hm. So. Man sollte sich mal vorstellen, GTA wäre echt. Also, man läuft ganz in Ruhe auf der Straße, auf einmal kommt da irgend so ein Blödmann angerannt und der schießt einen. Das wäre komisch. So, halt noch mal so. Es ist 1 Uhr 24, 25, 26, 28. GTA-Zeit. Aber die Uhr hier find ich irgendwie ein bisschen komisch, weil die Minuten gehen ja in Sekunden rum. Das heißt ja, dass es 1 Uhr 43 ist. Ich kann ja die rumballern. Ich kann ja die rumballern. Es geht jetzt ab. Ich bin so ein bisschen hier. Ich bin so ein bisschen hier. Und wo ist der? Das Bleckstehen ja. Ich bin davon hier. Was geht denn jetzt ab? Ich bin so eine. Ich bin der. Ich bin der. Dann kann ich da. Haben die es auf mich abgesehen? Gott! So, komm her jetzt, komm! So sieht es aus hier. Okay, also das war es dann für den ersten Teil. Ciao!